Zum Beispiel gab's da mal dieses eine Pärchen. Mann und Frau, glücklich verheiratet. Er war, glaube ich, Sonderschullehrer und sie, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie gemeinsam in ihrer Freizeit gerne gekocht. Haben so alles Mögliche ausprobiert. Asiatisch, italienisch, karibisch. Naja, keine Ahnung, was sie diesmal gekocht haben. Oder was im Gegensatz zu sonst anders war. Auf jeden Fall hatte die Alte plötzlich Appetit auch was ganz anderes. Wenn du verstehst, was ich meine. Na ja, so weit, so romantisch nur. Leider hatten die beiden vergessen, dass da dieser Top auf dem Herd stand. Und er glühend heiß war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017